Ich glaube, ich bin hier irgendwie falsch ausgestiegen. Nicht der richtige Bahnhof. Jetzt wird es peinlich. Da müssen wir uns das anders machen. Irgendwie quatscht hier auch keiner bayerisch. Was machen wir jetzt? Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich bin am Kölner Dom gelandet. Ich bin jetzt nicht mit. Bernhard, da hast du aber eine coole Braut ausgesucht. Sag ich jetzt mal so. Alles Gute zu deiner Hochzeit, zu deiner Wahl. Ich hoffe, Josefa weiß auch das zu schätzen. Euch viel Glück. Einen schönen Hochzeitstag. Und vielleicht melde ich mich nochmal. Ich werde versuchen, das noch irgendwie mit dem Video hinzubekommen. Aber ich weiß nicht unbedingt wie. Und ja, schöne Grüße. Ich hoffe, du freust dich. Sie hat alles in Bewegung gesetzt für dich. Hab einen schönen Hochzeitstag. Und ich werde mich nochmal melden. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.